Hallo, ich bin die Jasmina, ich arbeite hier im Bärenpark Corbus in der Tierpflege und hinter mir könnt ihr den Bärenmann Max sehen. Max kam damals mit unserer Bärndame Emma, die viele von euch wahrscheinlich auch kennen, aus der Schweiz hierher. Emma war eine ganz besondere Bärndame, es war eine syrische Braunbärin, die bis 2018 hier gelebt hat. Emma hatte das ganz besondere Talent mit ihrer charmanten Art, alle Bärenmänner bei uns um den Finger zu wickeln, aber dennoch kehrte sie immer wieder zu ihrem Bärenmann Max zurück. Aufgrund ihrer schlechten Haltung muss ich uns leider 2018 von Emma verabschieden, da sie eine starke Arthrose an der Wirbelsäule hatte. Der Max hat das Gott sei Dank relativ gut verkraftet und hält aufgrund einer Stoffwechselerkrankung den Winter über keine Winterruhe, weshalb sie auch gerne zu uns kommen können und ihn besuchen können.